Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Seba und ja, heute seht ihr mal wieder ein Video von mir auf dem German Generation Kanal, ja, ihr habt mich lang nicht mehr gehört oder lang kam nichts mehr von mir, das hat auch mehrere Gründe, erstens hatte ich Prüfungen und zweitens habe ich einen eigenen Kanal ab sofort und ja, was soll ich sagen, ich habe einen eigenen Kanal jetzt, ihr seht den hier im Hintergrund, habe schon 46 Abonnenten, habe auch schon ein paar Videos hochgeladen, wie ihr seht und ja, wäre cool, wenn ihr mal vorbeischaut und dort ein Abo dalässt und Markus, denke ich mal, er wird auch einen eigenen Kanal machen und auf German Generation wird, denke ich, nichts mehr so viel kommen, außer wir haben mal Lust, mal ein Video hochzubringen oder vielleicht machen wir da auch Spaß, Videos rein, was auch immer, aber hauptsächlich von mir kommen nur noch auf meinem eigenen Kanal VSBoy Videos und wenn's euch hier gefällt, lasst ein Abo da oder was auch immer und ja, noch eine kurze Information, heute Abend gegen 21, 20.30 Uhr und 21 Uhr beginnt ein Live-Steam, unser erster Live-Steam und ja, ich hoffe, ihr schaut mal vorbei und ja, das war's von mir, bis zum nächsten Mal oder auf meinem Kanal bis zum nächsten Mal, das war's von mir, ciao.